... in der Saal, in der Saal sind wir jetzt alle beweislich. Wenn man hinten beginnt, kann man hier vorbeikommen. Das hat die Halle, die auf jeden Fall ist quasi nur offen. Und da ist es auch für einen wunderbaren Weg. Das Problem ist, was Sie in diesem Haus sagen, wenn wir uns tausend hier arbeiten, dann kann man nur auf jeden Fall gehen und einen Tag machen. Also, was einigermaßen dramatisch ist, ist unser Extremmittel hier, dann habe ich noch mal den Tag überhandem gemacht. dass wir ja nachher servieren. Oh, was wird denn nicht laufen? Aber die Malte? Ja, komm mal!